ja so freunde er ist die wii kobe ist wie sie nicht sehen von d der dracule woher sind die hierher kommen das heißt ich muss ich habe irgendwie keine ahnung wie ich jetzt okay langsam reicht es mir wir werden das ist ein absolv das ist wichtig es ist auf jeden vorteilhaft das sich zu hoch zu landen man brennt natürlich den schild so er wird ein schwert so tja scheiße was hier soll und auch hier sind beide bereiche auf land so gut 2000 shadowy kann mir glaube ich schon alles combine sweep mastery level counter-strike sweep smashing sweep press and hold button while airborne so ich gibt es das können uns alles kaufen aber mich nervt das weg springen das war das vater läuft eigentlich weil sie da unten das hin ok darin gut was sind der weiß wie sie redet wie wenn sie kein bock hat so 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 hatchet opening knappe sache knappe sache und painbox chaos hier ist nix drin hier ist nix drin so so jungen du gehst mir so richtig auf dem das braucht verdammt lange zum aufladen ich habe eine box gesehen und das ist das chaos ok schlecht die fans kreis james tja das ist es schon mal nicht dieser weg dürfte der richtige sein oh Junge ist verarschend woppa alter jetzt leckig am Arsch jetzt wird man ok wir warten jetzt einfach mal ich das netten ja so als wenigstens eine ganz normale leise ok gut tja das so hier dass hier immer einen anderen weg gehen müssen alles kaputt in dieser gesellschaft schon wieder die idioten da oben waren ja schließlich gegenseitig könnt euch das schlagen ich habe keine los da wixer in hier eine der postbote blauen die können sie davon gerne schlagen ist mit meinen meine sache ich glaube hier sind wir richtig da da ist ja der hebel das geht ja immer weiter hier rein und nächste kletterpartie okay okay muss ich hier runter nein muss da runter und da und da und da und da und da und da ja komm man sehr schwul so und da ich darf vor und da kommen tja so viel wenn jetzt ich sollte jetzt schon dass ich schnell nicht so kommen guter lang ist an links weiter würde ich mal sagen behaupten annehmen da hätten die Scherz aller wenn das ist na gut Okay. Tja, Rattenpower. So meine Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Castlevania. Servus.